Hartmut Rosa, When Monsters Roar and Angels Sing, eine kleine Soziologie des Heavy Metal. Gesprochen von Axel Wostry, Franziska Ball und Peter Veit, sowie Songzitaten gesprochen von Ron Williams. Intro Es ist mit dem Menschen wie mit dem Baume. Je mehr er hinauf in die Höhe und Helle will, umso stärker streben seine Wurzeln erdwärts, abwärts, ins Dunkle, Tiefe, ins Böse. Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra. Ich habe eine Theorie und ich habe eine Erfahrung, eine mächtige, gewaltige Erfahrung. Die Erfahrung einer ungeheuren Energie, die im Heavy Metal freigesetzt wird, sodass sie meinen Körper und meine Seele von innen und außen gleichzeitig ergreift und bewegt, verbindet und zusammenführt. Sie rührt an die tiefsten Tiefen in mir und strebt zugleich nach oben in die höchsten Höhen, die mir möglich scheinen. Jetzt muss ich die Theorie und die Erfahrung nur zusammenbringen. Und das will ich in diesem Hörbuch versuchen. Ich verbinde damit die Hoffnung, dass die hier erprobte Art des Zusammenführens von Resonanztheorie und musikalischer Erfahrung auch für ganz andere musikalische Erfahrungskontexte und sogar darüber hinaus für das Verständnis unserer sinnlichen, ästhetischen und leiblichen Erfahrungen fruchtbar werden kann. Einleitung It's Heaven and Hell Es ist nicht so, dass ich nicht gewarnt worden wäre. Als ich so um die 15 Jahre alt war, fing ich an, Rockmusik zu hören. Richtig harte Rockmusik. Es begann mit Pink Floyd und dem Progressive Rock, denen meine Liebe bis heute gehört. Aber bald kamen Iron Maiden hinzu, deren erstes Album, Iron Maiden von 1980, mein bester Schulfreund Stefan und ich hinauf und hinunter hörten. Es ist ja nicht so, dass die Texte der einzelnen Songs auf dieser Platte viel Sinn ergäben. Das tun sie übrigens eher selten im Heavy Metal. Aber sie erzeugen zusammen mit der Musik eine besondere Atmosphäre und eine Bewegung. Nehmen wir beispielsweise Remember Tomorrow auf der Platte Iron Maiden. Tears for somebody and this lonely boy Welcher 15-Jährige würde sich da nicht angesprochen fühlen? Aber in einem wundersamen Kontrast zwischen den krachenden Gitarren, rollenden Bässen und gewaltigen Drums, die auf dem Album und auch in diesem Lied am Ende dominieren, kommen an dieser Stelle mit einem Malen zart schwebende, erhabene, fast mystische Töne aus den Lautsprechern. Unchain the colors before my eyes Es ist die einzige Zeile, die zweimal wiederholt wird. Scan the horizon. The clouds take me higher. I shall return from out of the fire. Was für ein Versprechen. Natürlich für sich genommen vielleicht lächerlich, allenfalls Penela-Futter. Aber es geht im Metal nicht um eine intellektuelle Welterklärung. Es geht um einen erschlossenen, gefühlten, leiblichen, emotionalen, lodernden, intensiven Kontakt mit der Wirklichkeit. Mit einer Wirklichkeit, die wir nicht verstehen, aber fühlen können. Und die das Höchste und das Tiefste in uns Menschen gleichermaßen umfasst. Und die unser Innerstes mit dem Äußersten der Welt verbindet. Es geht um Himmel und Hölle. Es ist kein Zufall, dass das Black Sabbath-Album, das etwa Götz Kühnemund, legendärer Kultmusikjournalist der Zeitschriften Rockheart und Death Forever als das beste Album aller Zeiten bewertet hat, diesen Titel trägt. Heaven and Hell. Sie hörten eine Hörprobe aus Eine kleine Soziologie des Heavy Metal von Hartmut Rosa Gesprochen von Axel Wostry, Franziska Ball und Peter Veit sowie Songzitaten gesprochen von Ron Williams Und einer Danksagung gesprochen vom Autor Copyright der Buchausgabe 2023 Kohlhammer Verlag Stuttgart Copyright der Audiofassung 2023 CC Live München Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de Copyright der Audiofassung Copyright der Audiofassung Copyright der Audiofassung Copyright der Audiofassung